Hallo liebe Besucher, herzlich willkommen bei uns auf der Homepage, herzlich willkommen bei SRW, Service rund ums Wasser. Wir sind die Spezialisten für das Thema Wasserschaden. Wir sanieren und trocknen deinen Wasserschaden. Zusätzlich bieten wir dir Präventionsmaßnahmen im Bereich vom Hochwasserschutz und von Wasserenthärtungsanlagen, denn 80 Prozent aller Wasserschäden entstehen durch Kalk. Im Bereich des Wasserschadens bieten wir dir alles aus einer Hand. Von der Leckortung über die Bautrocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten. Du kannst dich an uns wenden und unser Service steht dir hier voll und ganz zur Verfügung. Im Bereich des Hochwasserschutzes bieten wir dir eine unheimlich schnelle Lösung mit unserem Aqua-Stop-System. Denn eins haben wir nicht, wenn das Wasser kommt und das ist Zeit. Deswegen schau dir mal unsere Lösungen hierfür gerne an. Unser Bereich Trinkwasseraufbereitung bietet dir Lösungen zum Thema Enthärtung, aber auch zum Thema Filtration. Das heißt, Schadstoffe aus deinem Wasser zu filtern, um reines Premium-Quellwasser für dich zu Hause zu produzieren. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann nimm doch einfach Kontakt zu uns auf. Entweder per E-Mail oder wend dich an mein Büro. Schilder deine Thematik und wir helfen dir so schnell es geht mit allem, was wir können. SRW steht für Service rund ums Wasser und der Service wird groß geschrieben. Wir freuen uns auf dich.